Hallo, willkommen zu einem kurzen Podcast über die Basalgangchen. Versuchen wir uns in einem ersten Schritt topografisch zu orientieren. Wir sehen hier ein Gehirnpräparat in frontaler bzw. koronaler Schnittführung. Es fällt auf, dass einige Gebiete grau, andere weiß erscheinen. Beispielsweise hier an der Außenfläche sehen wir einen dünnen Streifen grauer Substanz, Substantia chrysea, welche in diesem Bereich Cortex bzw. Hirnrinde bezeichnet wird. Der Cortex cerebrie ist unterlagert von weißer Substanz. Hier finden sich die myelinisierten Axone. Wir sprechen auch von der Substantia alba. Bei genauer Betrachtung sehen wir, dass in der Tiefe des Gehirns wir abermals hauptsächlich um die inneren Liquorräume formiert graue Substanz finden. Da sich diese graue Substanz unterhalb der Hirnrinde, also unterhalb des Cortex cerebrie befindet, sprechen wir auch von subkortikaler grauer Substanz. Nun, was sehen wir hier als Vertreter der subkortikalen grauen Substanz? Das wäre beispielsweise hier der Nucleus caudatus, hier das Butermen, hier Klaustrum. Diese drei Vertreter der subkortikalen grauen Substanz werden dem Telenzephalon zugerechnet. Hier in diesem Bereich, also etwas medial vom Putermen, finden wir den Globus pallidus bzw. das Pallidum. Das Pallidum gehört entwicklungsgeschichtlich nicht zum Telenzephalon, sondern zum Dienzephalon, sollte deswegen eigentlich nicht als subkortikale graue Substanz bezeichnet werden. Hier an dieser Stelle soll kurz darauf hingewiesen werden, dass das Putermen und das Globus pallidus in der alten Literatur als Linsenkern, Nucleus lintiformis, zusammengefasst werden. Entwicklungsgeschichtlich macht das wenig Sinn. Bereits erwähnt wurde, dass das Putermen-Telenzephaler Herkunft das Pallidum-Dienzephaler Herkunft ist. Nun, trotzdem wird dieser Begriff Nucleus lintiformis noch geführt, denn er steckt in verschiedenen Strukturen des Gehirns drin, beispielsweise in einer Arterie, welche diesen Bereich mit Blut versorgt, die Arteria lenticulostriate. Gehen wir ein bisschen weiter nach Occipital, wiederum ein Gehirnpräparat in koronaler bzw. frontaler Schnittführung. Dann sehen wir jetzt sehr deutlich andere Abschnitte des Gehirns. Hier wäre Pons und hier wäre die Substantia nigra, welche sich im Bereich des Mesencephalons, also des Mittelhirns, befindet. In unmittelbarer Nachbarschaft der Substantia nigra finden wir ein weiteres Kerngebiet, der Nucleus ruber. Und hier in diesem Bereich finden wir randgebend um den dritten Ventrikel sogenannte Thalamus, welcher dem Dienzephalon zugerechnet wird. Hier in dieser Schnittführung sehen wir jetzt auch wieder alte Bekannte. Hier in diesem Bereich Puthalmen und Pallidum. Hier in diesem Bereich Thalamus. Hier wäre der Nucleus caudatus. Hier wiederum die Substantia nigra. Hier der Nucleus ruber. Und hier sehen wir jetzt ein Kerngebiet, welches wir noch nicht kennengelernt haben. Dieser Kern liegt unmittelbar unterhalb des Thalamus und wird deswegen Nucleus subtalamicus genannt. Der Nucleus subtalamicus gehört ganz ähnlich wie der Thalamus und wie der Globus pallidus, also das Pallidum zum Dienzephalon. Eine weitere wichtige topografische Landmarke ist hier ein Faserbündel, welches sowohl absteigende, also deszendierende, als auch aufsteigende, also aszendierende Fasertrakte enthält. Die sogenannte innere Kapsel bzw. Kapsula interna. Nachdem wir uns nun grob topografisch orientiert haben, gehen wir zu den Basalganglien. Nun, was sind die Basalganglien überhaupt? Basalganglien ist ein funktioneller Zusammenschluss von verschiedenen Kerngebieten, die wir jetzt gerade auch schon gesehen haben, welche in die Regulation der Motorik eingreifen. Wie genau das die Basalganglien machen, werden wir uns gleich genauers betrachten. Betrachten wir uns zuerst einmal, welche Gebiete, welche Kerngebiete des zentralen Nervensystems werden überhaupt den Basalgang hinzugerechnet. Nun, es sind dies der Nucleus caudatus, das Putermen, Globus pallidus, Nucleus subtalamicus und die Substanzianigra. Nucleus caudatus und Putermen werden für gewöhnlich unter dem Oberbegriff Striatum zusammengefasst. Nun, wie kommt es zu dieser Namensgebung? Wir sehen hier den Nucleus caudatus, hier das Putermen, und eigentlich handelt es sich um ein zusammenhängendes großes Kerngebiet. Im Rahmen der Hirnentwicklung wird dieses Kerngebiet von der wachsenden Capsula interna, also inneren Capsula, auseinandergedrängt. Es verbleiben jedoch hier angedeutet einzelne Streifen, einzelne Brücken grauer Substanz zwischen Nucleus caudatus und Putermen. Streifen heißen für gewöhnlich Striae und dadurch die Namensgebung Striatum für Nucleus caudatus und Putermen. Hier in dieser Abbildung sehen wir jetzt wieder die einzelnen Bestandteile der Basalganglien, jedoch eingeforbt in verschiedenen Farben. Hier soll verdeutlicht werden, dass die Basalganglien aus drei verschiedenen Gehirnarealen, aus drei verschiedenen Gehirnetagen sich zusammensetzen. Der Nucleus caudatus und das Putermen, also das Striatum, werden dem Thelenzäfernen zugerechnet. Globus pallidus und Nucleus subthalamicus gehören zum Zwischenhirn, zum Dienzäfernen und die Substantia nigra wird dem Mittelhirn, dem Mesenzäfernen zugerechnet. Hier in dieser Abbildung sehen Sie die dreidimensionale Orientierung der verschiedenen Komponenten der Basalganglien oder zumindest einiger dieser und man muss sagen, dass ein statisches Bild diesen dreidimensionalen komplexen Zustand eigentlich gar nicht richtig widerspiegeln kann. Ich empfehle Ihnen deswegen, dass Sie sich geeignete Animationen suchen, die heutzutage im Internet zuhauf zu finden sind. Nichtsdestotrotz möchten wir uns kurz der dreidimensionalen Struktur der Basalganglien zuwenden. Wir sehen hier den C-förmigen Nucleus caudatus mit einem Caput, einem Korpus und Cauda Nuclei caudati. Hier sehen Sie die streifige Verbindung zum Putamen, Nucleus caudatus et Putamen werden zum Striatum zusammengefasst. Mittig davon, also wenn wir jetzt hier weiter in die Mitte gehen, würde das Pallidum liegen. Wir kennen im Pallidum ein mediales und ein laterales, beziehungsweise ein internes und ein externes Segment. Wir würden hierauf gleich zurückkommen. Hier sehen wir dargestellt den Nucleus subtalamicus, welcher unmittelbar unterhalb des Thalamus liegt. Und die Substanzia nigra würde sich dann ungefähr hier befinden, im Bereich des Mittelhirns. Noch eine weitere topografische Betrachtung. Wir sehen hier eine Detailaufnahme eines mediosagital geteilten Gehirns. Für ihre Orientierung, hier wäre der Balken, Corpus callosum. Hier wäre das Gewölbe Fornix und hier wäre der unpaare dritte Ventrikel mit seiner Athesio interthalamica und seinem Plexus Coriidius, welcher hier durch das Vorrahmen interventrikulare Monroi tritt und sich dann am Boden der Seitenventrikel fortsetzt. Hier haben wir das Septum pellucidum, welches die beiden Seitenventrikel trennt, von einem abgelöst und blicken jetzt hier auf eine Vorwölbung im Bereich des rechten Seitenventrikels. Dies wäre der Nucleus caudatus. Und das können wir in dieser Abbildung auch sehr schön sehen, dass in der Tat der Nucleus caudatus sich in das Lumen der Seitenventrikel hineinwölbt. Wenden wir uns nun den Basalganglien funktionell zu. Was machen die Basalganglien? Nun, hierfür müssen wir uns kurz klar machen, wie eigentlich Motorik entsteht und wir machen das im Beispiel von Fahrradfahren. Wenn Sie morgens zur Universität mit dem Fahrrad fahren wollen, dann müssen Sie das erst einmal wollen. Diese Motivation entsteht in Strukturen des Gehirns, welches wir als limbisches System bezeichnen. Wenn Sie denn wirklich Fahrrad fahren wollen, müssen Sie das Fahrradfahrprogramm abrufen. Fahrradfahren können die meisten von uns nicht einfach so, sondern müssen es in der Kindheit lernen. Es wurden dann hierfür neuronale Schaltkreise geschaffen und verfestigt und etabliert, die schlussendlich ein Programm für die motorische Aufgabe Fahrradfahren beinhalten. Diese Programme sind im Assoziationskortex bzw. im prämotorischen Kortex und dem supplementärmotorischen Kortex abgelegt. Nun ist aber Fahrradfahren nicht immer gleich Fahrradfahren. Ich denke, Sie würden mir zustimmen, dass Fahrradfahren auf einem hüglichen Terrain bzw. auf einer Wiese etwas anderes ist als Fahrradfahren auf Glatterstraße. Ich denke, Sie würden mir zustimmen, dass Fahrradfahren mit einem Mountainbike etwas anderes ist als Fahrradfahren mit einem Hollandfahrrad, wenn hinten jemand drauf sitzt. Das bedeutet, dieses allgemeine motorische Programm Fahrradfahren, welches im Assoziationskortex abgelegt worden ist, muss an die äußere Umgebung, an die akute Situation angepasst werden. Und diese Anpassung passiert über zwei parallel geschaltete neuronale Schleifen. Die erste Schleife geht vom Assoziationskortex über die Brücke ins Kleinhirn. Von dort geht es zum motorischen Thalamus und dann zurück zum Gyrus Präzentralis. Und vom Gyrus Präzentralis wird über die Pyramidenbahn der motorische Impuls bzw. das Programm Fahrradfahren zur Ausführung gebracht. Die zweite Neuronschleife geht vom Assoziationskortex über die Basalganglien, von dort zum motorischen Thalamus und dann, wie bereits besprochen, zum Gyrus Präzentralis, zum motorischen Kortex. Das heißt, die beiden Schleifen, Kleinhirn und Basalganglien, treffen sich im Bereich des motorischen Thalamus und werden dann schlussendlich zur Ausführung gebracht. Heute möchten wir im Rahmen dieses Podcasts versuchen zu verstehen, was innerhalb dieser zweiten Schleife, innerhalb dieser Basalganglien passiert. Kurz für eine bessere Orientierung, damit Sie sich mit diesem komplizierten Schaltkreis auseinandersetzen können. In grün dargestellte Verbindungen sind regend, sprich exziatorisch. Die hier in rot dargestellten Verbindungen sind inhibitorisch. Exziatorischer Neurotransmitter ist in aller Regel Glutamat. Inhibitorischer Neurotransmitter ist in aller Regel GABA. Nun, die verschiedenen Komponenten der Basalganglien sind jetzt hier dargestellt. Wir sehen hier das Striatum, hier den Nucleus Subthalamicus, hier den Globus Pallitus, externes Segment, also laterales, internes Segment und hier die Substantia Nigra. Nun, hier schon soll erwähnt werden, dass die Substantia Nigra histologisch aus zwei verschiedenen Anteilen besteht. Eine Substantia Nigra Pars Compacta und eine Substantia Nigra Pars Reticulares. Beide haben eigentlich relativ wenig miteinander zu tun. Die Substantia Nigra Pars Compacta produziert Dopamin und transportiert dieses in das Striatum. Die Substantia Nigra Pars Reticulata befindet sich hier auf der Ausgangsseite und projiziert zum motorischen Thalamus. Nun also zurück zur Verschaltung. Wir können im Bereich der Basalganglien eine Eingangsseite und eine Ausgangsseite unterscheiden. Die Eingangsseite ist die Projektion vom Cortex zum Striatum. Die Ausgangsseite ist die Projektion vom Globus Pallitus Internus, also vom medialen Pallinum Segment zum motorischen Thalamus. Wir sehen, die Eingangsseite ist exzitatorisch, die Ausgangsseite inhibitorisch. Wir können nun einen direkten, schnellen und einen indirekten, langsamen Weg durch diese Basalganglien unterscheiden. Der schnelle, direkte Weg geht vom Cortex zum Striatum, von dort direkt zur Ausgangsseite, also zum Globus Pallitus Internus und von dort dann raus, motorischer Thalamus und zurück zum Cortex Cerebri. Die Frage ist nun, ist dieser direkte Weg fördernd für Bewegung oder hemmend für Bewegungsimpulse? Wir hatten ja gesagt, dass die Basalganglien-Schleife allgemeine Bewegungsprogramme, beispielsweise das Fahrradfahren, moduliert und jetzt müssen eben manche Muskelgruppen gestärkt und manche Muskelgruppen gehemmt werden, damit dieses allgemeine motorische Programm Fahrradfahren korrekt und harmonisch flüssig zur Ausführung gebracht werden kann. Und das ist eben nur möglich, indem es hier bewegungsfördernde und bewegungshemmende Wege gibt. Und die Frage ist nun, ist dieser direkte Weg bewegungsfördernd oder hemmend? Nun, dafür müssen Sie kurz diesen Schaltkreisen genauer anschauen. Hier die Projektion vom Cortex zum Striatum ist bewegungsfördernd. Dann geht es von hier nach hier bewegungshemmend. Das heißt, wenn dieser Weg hier vom Cortex zum Striatum besonders aktiv ist, dann wird das Globus Pallitus Internus besonders stark gehemmt. Da jetzt aber das Globus Pallitus Internus wiederum hemmend auf den motorischen Thalamus projiziert, führt eine sehr ausgeprägte Hemmung des Globus Pallitus Internus schlussendlich zu einer Enthemmung, zu einer Disinhibition. Nun, das ist für Prüfungen relativ schwierig, wenn Sie aufgeregt sind, das nachzuvollziehen. Deswegen machen wir einfach folgende Regel. Wir machen den Daumen am Anfang nach oben. Und jedes Mal, wenn wir einen grünen Pfeil sehen, also eine excitatorische Projektion, verbleibt der Daumen oben. Jedes Mal, wenn wir einen roten Pfeil sehen, also eine inhibitorische Verbindung, wechselt der Daumen seine Richtung. Also beginnen wir vom Cortex zum Striatum, Tump up, Daumen nach oben. Dann vom Striatum zum Globus Pallitus Internus, inhibitorisch, das heißt jetzt Daumen nach unten. Vom Globus Pallitus Internus zum motorischen Thalamus, wieder Daumen nach oben, weil inhibitorische Verbindung. Und dann vom motorischen Thalamus zurück zum Cortex, extatorisch, Daumen bleibt oben. Das heißt, dieser direkte Weg ist, Daumen ist ja oben, schlussendlich bewegungsfördernd. Betrachten wir uns den indirekten Weg. Dieser führt vom Cortex Striatum, Globus Pallitus Externus, Nucleus Subthalamicus, Globus Pallitus Internus, motorischer Thalamus und zurück zum Cortex Cerebri. Also ein bisschen länger und ein bisschen komplizierter. Machen wir auch hier das Spiel mit dem Daumen, also Cortex Cerebri, Striatum, Tump up, Daumen nach oben. Dann vom Striatum zum Globus Pallitus Externus, Daumen nach unten. Vom Globus Pallitus Externus zum Nucleus Subthalamicus, Daumen wieder nach oben. Vom Nucleus Subthalamicus zum Globus Pallitus Internus, Daumen verbleibt oben. Vom Globus Pallitus Internus zum Motorischen Thalamus, Daumen wieder nach unten. Vom Motorischen Thalamus zum Cortex, Daumen verbleibt unten. Das heißt, dieser indirekte Weg durch die Basalgang den Schleife ist insgesamt bewegungshemmend. Betrachten wir uns kurz zwei Gebiete. Zum ersten hier den Cortex Cerebri. Die Fasern, die vom Cortex Cerebri ins Striatum ziehen, entstammen den prämotorischen Arealen, also hier dem prämotorischen Cortex, der vor dem Gyrus Präzentralis liegt und hier in blau dargestellt dem supplementärmotorischen Cortex. Hier sind diese einzelnen Programme gespeichert und werden zur Modulation durch die Basalgang den Schleife geleitet. Die Information, die dann hier vom Motorischen Thalamus zum Cortex Cerebri zurückkehrt, wäre dieser Teil des Cortex Cerebri, der primärmotorische Cortex, der Gyrus Präzentralis, der vor dem Sulcus Zentralis gelegen ist. Und wenn Sie schon das Diencephalon mit dem Thalamus gelernt haben, dann wissen Sie, dass es spezifische und unspezifische Thalamus Kerne gibt. Die spezifischen Thalamus Kerne sind im Gegensatz zu den unspezifischen Thalamus Kernen mit ganz spezifischen funktionellen cortikalen Zentren verknüpft. Und hier wäre der spezifische Thalamus Kerne, der spezifisch mit motorischen Cortex Arealen interagiert verknüpft ist, der Nucleus Ventralis Enterolateralis, hier abgekürzt durch VAL. Das heißt, dieses Gebiet des Thalamus ist hier als motorischer Thalamus dargestellt. Sie könnten also hier anstatt motorischer Thalamus auch Nucleus Ventralis Enterolateralis schreiben. Betrachten wir uns noch eine anatomische Besonderheit. Diese Projektion vom Globus Pallidus Internus zum Nucleus Ventralis Enterolateralis, also dem motorischen Thalamus, sehen wir hier und wird als Ansa-Lenticularis bezeichnet. Ansa-Lenticularis. Hier in dieser Abbildung sehen wir auch die Zweiteilung des Globus Pallidus in externes und internes bzw. laterales und mediales Segment. So, als letztes sollten wir uns nun noch mit der Substantia Nigra beschäftigen. Und zwar speziell mit der Substantia Nigra Pars Compacta. Die dort befindlichen Nervenzellen produzieren hauptsächlich den Neurotransmitter Dopamin und transportieren diesen Neurotransmitter über anterokraten axionalen Transport in Richtung Striatum. Wir sprechen auch von einem nigrostriatalen Weg. Nun, was das Dopamin, der Substantia Nigra Pars Compacta, schlussendlich im Striatum bewirkt, hängt gar nicht so sehr vom Neurotransmitter, sondern vielmehr von den dort ansässigen Rezeptoren ab. Um nun zu verstehen, wie die Substantia Nigra Pars Compacta in diesen basalganglichen Regelkreis einwirkt, müssen wir uns die Nervenzellen im Bereich des Striatums etwas genauer betrachten, denn dort gibt es zwei verschiedene Typen. Generell heißen die Neurone dort Medium Spiny Neurons. Hier in Rot dargestellt. Medium Spiny Neurons bedeutet, dass diese einen mittelgroßen Zellkörper haben, einen jedoch für ihre Größe sehr, sehr ausgeprägten, den dritten Baum mit Spines, also mit Dornen. Und ein Teil dieser Medium Spiny Neurons exprimiert den Dopaminrezeptor Subtyp 1. Der andere Teil der Dopaminrezeptor Subtyp 2. Und um es jetzt mal genauer zu sagen, die Medium Spiny Neurons des Striatums, welche in den direkten Weg eingebettet sind, also ihre Axone in Richtung Globus Pallidus internus senden, die exprimieren den D1-Rezeptor. Die Medium Spiny Neurons, die jedoch in den indirekten Weg eingebettet sind, die Reaxone also in Richtung Globus Pallidus externus senden, exprimieren den D2-Rezeptor. Nun, was bewirkt nun die Substanzia nigra pars compacta? Nun, sie fördert den direkten Weg und zeitgleich inhibiert den indirekten Weg. Bei genauer Betrachtung, was hat dann die Substanzia nigra für eine Funktion in der Motorik? Nun, wenn sie den direkten Weg fördert, der direkte Weg ist für sich schon bewegungsfördernd, fördert sie Bewegung. Wenn sie den indirekten Weg hemmt, der indirekte Weg ist bewegungshemmend, ist das am Ende des Tages auch eine Förderung von Bewegung. Das bedeutet, die Funktion der Substanzia nigra ist überwiegend die einer Bewegungsförderung und entsprechend haben wir beim Ausfall der Substanzia nigra ein zu wenig an Bewegung. Die Substanzia nigra geht zugrunde beim Morbus Parkinson und bei Morbus Parkinson handelt es sich in der Tat um eine hypokinetische Erkrankung. Das heißt, die Patienten sind klinisch gekennzeichnet durch Bewegungsarmut. Eine anatomische bzw. biochemische Besonderheit soll hier noch erwähnt werden. Sowohl diese D1 Medium Spine Neurons als auch diese D2 Medium Spine Neurons können doch sogenannte Co-Neurotransmitter charakterisiert bzw. visualisiert werden. Der Co-Neurotransmitter für die Medium Spine Neurons, die den D1 Rezeptor exprimieren und in den direkten Weg eingebettet sind, ist Substanz P, wohingegen der Co-Neurotransmitter für die D2 Medium Spine Neurons, die in den indirekten Weg eingebettet sind, das Enkephalin ist. Wir sind auch schon am Ende dieses kurzen Podcasts über die Verschaltung der Basalganglien. Ich hoffe, Sie haben über die Basalganglien und die Regulation der Motorik etwas gelernt. Wenn Sie mehr zu diesem oder anderen spannenden neuroanatomischen Themen nachlesen möchten, können Sie es gerne tun in unserem neuen Buch Neuroanatomie nachschlagen, lernen und verstehen. Ich hoffe, Sie sehen uns beim nächsten Mal.